Gegner fürchten Nebenwirkungen In Frankreich besteht nun eine ausgeweitete Impfpflicht für Kinder, die ab dem 1. Januar diesen Jahres geboren werden. In den ersten beiden Lebensjahren müssen diese gegen F anstatt bisher drei Krankheiten geimpft werden. Darunter befinden sich unter anderem, Keuchhusten, Masern, Röteln und Hepatitis B. Bislang waren nur drei Impfungen vorgeschrieben, nämlich gegen Diphtherie, Tätanis und Kinderlähmung. Die Ausweitung war im vergangenen Sommer angekündigt und Anfang Dezember vom Parlament beschlossen worden. Befürworter der Pflichtimpfungen verweisen etwa darauf, dass nur 78% der Zweijährigen in Frankreich gegen Masern geimpft seien, die Impfrate müsse aber bei 95% liegen, um Masernviren effektiv aufzuhalten. Impfgegner hatten die Entscheidung scharf kritisiert, sie fürchten Nebenwirkungen der Impfungen. Wenn Kinder in Frankreich in die Kita oder in die Schule kommen, müssen die Eltern Impfnachweise vorlegen. Die bislang vorgesehene Strafe für Verstöße gegen die Impfpflicht ist aber aus dem Gesetz gestrichen worden. In Deutschland gibt es keine Impfpflicht, auch wenn sie von einigen Experten gefordert wird. Allerdings müssen Eltern, die ihre Kinder bei einer Kita anmelden, eine Impfberatung nachweisen. Tun sie das nicht, müssen die Kitas die Eltern beim Gesundheitsamt melden. Die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts empfiehlt für Kinder- und Jugendliche Standardimpfungen gegen 14 Krankheiten. Italien beschloss kürzlich nach einem Masernausbruch Pflichtimpfungen für alle Kinder und Jugendlichen. Eltern in dem südeuropäischen Land müssen ihre Kinder nach dieser Entscheidung gegen 10 Krankheiten impfen lassen.